Schönen guten Morgen. Wie Sie wissen, waren Bernd Rixinger und ich auf Sommertor. Seine erste Etappe führte ihn nach Thüringen Ende Juli. Am 10. August gab es dann die Staffelstabübergabe in Hannover. Diese Übergabe war verbunden mit einer Aktion für den Mindestlohn. Wir haben uns stark gemacht unter dem Motto, Ihnen einen schönen Urlaub und der Kellnerin einen guten Lohn. Und mein Sommertor fand nun gestern ihren krönten Abschluss in Berlin. Ein Schwerpunkt dieser Tour war die Kommunalpolitik. Also in Sachsen-Anhalt beispielsweise wurde uns noch mal sehr anschaulich vor Augen geführt, dass 70 Prozent aller Kommunen finanziell in einer höchst brisanten Situation sind. Und ich selber habe in Eisenhüttenstadt zum Beispiel erfahren, dass eine Kommune, die einmal in der Haushaltssanierung ist, selbst so notwendige Maßnahmen, Investitionen wie für ein Energiecontracting nicht durchführen kann. Und das heißt, sie können keine Investitionen vornehmen, die über einen gewissen Zeitraum sogar am Ende Strompreise sparen würden, was ja eine verrückte Sache ist. Und es ist sehr auffällig, die Kommunen müssen finanziell das ausbaden, was im Bund an couragierter Reichenbesteuerung unterlassen wird. Also wir haben ja aktuell überhaupt eine Debatte um die Reichenbesteuerung. Und da gibt es auch viel Abwehr und viele Vorstoße. Und ich will noch mal zusammenfassen, die Linke hat hier eine sehr klare Position. Wir sagen, wir wollen eine Vermögenssteuer für Millionäre und zwar von fünf Prozent über jeden Euro, den jemand über eine Million hat. Und wir wollen eine Steuerung von Einkommensmillionären, 75 Prozent ab dem Betrag von einer Million. Ich selber habe ja einen sehr weitreichenden Vorschlag gemacht. Da gab es erst viel Abwehr. Aber man muss jetzt auch mal schauen, dass das, was hier für ganz viel Furore sorgt, in Frankreich von Hollande jetzt zum Gesetz gemacht wird. Also in Frankreich ist ja bereits eine 75-prozentige Steuer. Im Gesetzesverfahren und auch in Staatsbetrieben ist eine Art Höchstlohn eingeführt worden. Ich habe gestern in Berlin Initiativen besucht, wie Paula Panke und Förderband. Das sind beides Initiativen, wo es Stellen des öffentlichen Beschäftigungssektors gab und musste dort noch mal feststellen, dass leider das Ende von Rot-Rot in Berlin auch das Ende des öffentlichen Beschäftigungssektors bedeutet. Und da muss man sagen, dass durch das Ende des ÖBS auch ganz großartige Projekte eingestellt werden mussten. Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Paula Panke im Frauenzentrum hatte eine zeitgemäße Form der Kinderbetreuung ermittelt. Also das sind Frauen, denen es sehr schwer gefallen ist, einen Arbeitsplatz zu finden. Frauen über 50 zum Beispiel, die sind dort in Familien gegangen und haben außerhalb der klassischen Kita-Öffnungszeiten Kinder betreut. Das gibt es einen großen Bedarf dafür in Berlin, unter anderem, weil es in Berlin auch viele gibt, die im Kreativbereich tätig sind oder Leute, die zugezogen sind, wo halt Oma und Opa nicht direkt um die Ecke wohnen. Und insofern war das eine wichtige Sache, hat den ÖBSlerinnen sehr gut getan und in Freude bereitet. Und es war für die jungen Frauen auch eine Möglichkeit, weiterhin einer Berufstätigkeit nachzugehen. Das musste jetzt eingestellt werden mit dem Ende des ÖBS. Und für mich war das nochmal ein Anlass, auf die Tagesordnung zu setzen, dass man Arbeitsmarktmaßnahmen, die eine längerfristige Perspektive haben und die nach Mindestlohn bezahlt werden, auf jeden Fall weiter ins Gespräch bringen muss. Und wir werden uns auch dafür einsetzen. Bernd Rixinger war in Osnabrück und hat dort sich auch mit Erwerbsloseninitiativen getroffen und hat auch dort erfahren, dass Projekte, die wirklich sinnstiftend sind, die aus einer Isolation herausholen, dass die immer wieder in Frage stehen aufgrund von kurzzeitigen Förderung. Und auch deswegen ist eine Erkenntnis dieser Sommertor, wir wollen, dass zum Beispiel unabhängige Erwerbsloseninitiativen längerfristig gefördert werden. Ein weiteres Thema, mit dem wir immer wieder konfrontiert waren, ist der Ärztemangel, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Und hier haben wir nochmal nachgefragt. Und es liegt nicht daran, dass es nicht genügend Interessenten an einem Medizinstudium gibt, sondern man muss immer noch sagen, dass es sehr harte Zugangskriterien gibt, auch einen sehr hohen numerus clausus für ein Medizinstudium. Und hier ist so eine Erkenntnis, wenn man dem Ärztemangel im ländlichen Raum entgegenwirken will, muss man womöglich auch mehr Studienplätze anbieten und eine Lockerung des numerus clausus vornehmen. Positive Information auf der Sommertor war aber, dass in Schwedt unter anderem durch den Protest der Anwohnerinnen, aber auch durch das Engagement der linken Gesundheitsministerin in Brandenburg in Schwedt, wir erfahren konnten, dass die Kinderstation demnächst wieder eröffnet wird. Auch in Schwedt bin ich auf ein Problem gestoßen, was es vielerorts gibt, nämlich das Theater nur für ein Jahr eine Förderung erhalten. Dabei sind aber der Spielplan und die Verträge mit dem Ensemble über mehrere Jahre gestrickt. Und es war für mich Anlass, einen Brief zu schreiben an die Brandenburger Kulturministerin Sabine Kunst, wo ich sie bitte, diese Form der Förderung zu überprüfen. Wohnungspolitik, das war auch ein Thema, auf das wir immer wieder gestoßen sind. In ganz, ganz vielen, also auch in unterschiedlichen Städten, in Städten wie Jena und Berlin, haben uns immer wieder Menschen von ihrer Sorge erzählt, dass sie die Mieten nicht mehr bezahlen können. Und ich bin in Eisenhüttenstadt auf ein Problem gestoßen, im Gespräch mit einem Wohnungsunternehmen, die sagen, die Altschuldenregelung belastet richtig ostdeutsche Wohnungsunternehmen. Um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, in Eisenhüttenstadt ist pro Quadratmeter in dem ostdeutschen Wohnungsunternehmen, sind 60 Prozent der Miete, gehen allein auf Altschulden zurück. Also man muss auch sagen, die jetzige Altschuldenregelung treibt die Mieten bei ostdeutschen Wohnungsunternehmen nach oben. Deswegen ist für uns ganz klar, wir werden uns auf Bundesebene dafür einsetzen, dass es einen Schuldenschnitt gibt und zwar für einen Schuldenschnitt bei den Altschulden der ostdeutschen Wohnungsunternehmen. Und natürlich setzen wir uns für eine gesetzliche Mietobergrenze ein. Abschließend will ich noch sagen, wir sind nicht nur auf Probleme und Sorgen gestoßen, sondern das Tolle war, dass wir auf dieser Tour auf ganz viele Menschen getroffen sind, die couragiert Projekte in Angriff nehmen. Das macht Mut. Also sei es die Oberbürgermeisterin Simone Lüttke, die in Burna ganz viel auf die Beine stellt und sie sei jetzt nur stellvertretend genannt für viele Kommunalpolitikerinnen. Oder aber die Occupying Seniorinnen und Senioren, also die Rentnerinnen und Rentner, die hier in Berlin der stillen Straße ihre Begegnungsstätte besetzen, mit denen ich gestern gemeinsam gefrühstückt habe. Also diese Courage, auf die man da trifft, die macht auch Mut. Soweit zu Sommertor. Ich möchte noch zu zwei aktuellen Dingen etwas sagen. Zwar zum einen ist heute ein trauriger Jahrestag, 20 Jahre Lichtenhagen, Rostock-Lichtenhagen. Ich habe mich auch während der Sommertor mit dem Vertreterin des Bündnisses Bund statt Braun getroffen und ich finde, dieser Jahrestag sollte für uns Anlass sein, uns zu fragen, haben wir inzwischen den menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen? Und was muss man tun, um Rassismus, der bis weit in die Gesellschaft, bis weit in die Mitte der Gesellschaft verbreitet ist, entgegenzuwirken? Und ich bin auch im Gespräch mit der Initiative in Rostock noch mal auf ein paar Probleme hingewiesen worden. Also zum einen die zentralen Flüchtlingsunterkünfte, die zentralen großen Asylbewehrbeheime müssen ersetzt werden durch eine dezentrale Unterbringung, weil es braucht Begegnung im Alltag und die ergeben sich nun mal vor allen Dingen, wenn es durchmischtes Wohnen gibt. Zum zweiten braucht es mehr mehr Deutschkurse und das Arbeitsverbot für Asylbewerberinnen und Asylbewerber muss fallen. Und ich denke, das, was inzwischen in Brandenburg unter Rot-Rot eingeführt worden ist, das, was in Mecklenburg vor einem Jahr eingeführt worden ist, nämlich die Abschaffung der Residenzpflicht, ist eine ganz zentrale Sache. Nur noch mal zur Erläuterung, Residenzpflicht bedeutet, dass Asylbewerber sich nicht über die Grenzen des Kreises hinaus bewegen dürfen, in dem sie sind. Das heißt zum Beispiel in einer Stadt wie Dresden, wer am Stadtrand von Dresden ist und aber dort noch dem Kreis Pirna zugeschrieben ist, darf nicht nach Dresden reinfahren. Auch das ist alles andere als förderlich für eine Begegnung im Alltag. Und dann haben wir aktuell ja wieder die Debatte um steigende Benzinpreise. Ich finde in dem Zusammenhang vor allen Dingen eine Sache doch noch mal interessant, wenn man sich anschaut, wie sich der Eurokurs entwickelt hat, wenn man sich anschaut, wie sich der Ölpreis in Dollar entwickelt hat, so gibt es dort keinen Anstieg, sondern im Gegenteil, gibt es sogar eine leichte Abnahme. Aber der Benzinpreis steigt und das legt doch den Verdacht sehr nahe, dass da hier vor allen Dingen die marktbeherrschenden Energiekonzerne dort ihre Finger mit im Spiel haben und dass das vor allen Dingen verantwortlich dafür ist. Wenn wir jetzt mit dieser Situation aber konfrontiert sind, dann will ich doch noch mal mich einsetzen dafür, dass Mobilität für alle erschwinglich ist. Und das heißt halt auch, dass man die umweltfreundlichen Alternativen wie Bus und Bahn deutlich verbessern muss, attraktiver gestalten muss. Und Sie wissen sicherlich, dass die Linke schon vor Jahren im Bundestag eine Initiative eingebracht hat, wie für ein Sozialticket, also zum Beispiel eine Bahncard für 5 Euro für Menschen mit geringem Einkommen. Soweit von meiner Seite.